Also es nimmt Ausmaße an. Jetzt mal Re-Wrap. Die haben mehr Essen als ich bei mir im Kühlschrank. Die haben wirklich mehr Essen als ich im Kühlschrank. So, falls jemand interessiert, wie die Stelle hier am Hals ist, am Kühlkopf, ich sage euch ganz ehrlich, eigentlich entspannt. Das einzige, was nervig ist, ist die Position, wie du liegst halt. Weil du halt eigentlich nicht so wirklich am Handy spielen kannst und immer so. Also die Position ist nerviger als das Stechen. Also der Schmerz 1 bis 10, 10 das Schlimmste, würde ich jetzt sagen, ist mit 3 oder mit 4. Also hältst du noch in die Grenzen? Mein Mundgeruch stelle ich auch nicht. Welchen Mundgeruch? Meinen. Welcher Mundgeruch, Digga? Ich rieche nur einen verfaulten Schwanz, Digga. Das liegt daran, dass du keine Hose hast. Ach, hallo. Das ist Kylo. Hart auf, hart ist das Kylo. Nee, aber es geht. Also die Stelle geht. Hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Nur die Liege in Position ist ein bisschen moist, die meier. Jetzt wird gegrillt, Digga. Auf entspannter Rino, Bruder. Ach, Digga. Also wirklich, dieses Handy, Digga. Das ist bodenlos. Das kannst du dir nicht ausdenken. Also scheiß drauf. Köstlich-schmächtig, Digga. Ganz köstlich-schmächtig, Bruder. Oh. Ich dachte mir, Digga, von welchem immer stehst du mich an? Boah, tschau mal. Wieder ein High 4 3, oder was? Wieder irgendein komischer Film, das heißt. Na, gar keinen Film, Bruder. Roller. Hast du Roller? Nein, 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 nein. Ich hab nicht Roller darauf gesagt, Bruder. Ach so.